Ich weiß wie, ich zock halt einfach durchgehend fort nach einer Seite aus draußen. Hm. Hab einen. Was the fuck, wo bist du? Ich bin hier oben auf dem Dach gelandet, den Gabi mir einfach gegönnt. Ich glaub ja. Erstmal ordentlich rein, Männer. Oh ja, hier pushen jetzt einige, Digger. Einer One-Shot. Der hier, One-Shot. Hab einen. Den hab ich auch. Top, Digger. Ich glaub jetzt sind sogar alle down. Naja, bei mir close noch. What? Ja, Blue, Vorsicht. Ich komm. Starte. Oh, hab... Puh, Digger, hab ich den weggelasert, Mann. Holy Moly. Ich hab schon wieder keine Pump gefunden am Anfang. Äh, hier Digger, ich leg dir ein Mini. Digga, die sind ganz schön, Mann. Holy Moly, Junge. Oh, du machst mich proud, Alter. Ich brauche dann zuerst便 меш poco. So, ich hab mir was machinery不要. Ich werde nicht ein paarile ... ganz lässig digger die ist krass muss man muss mit dem ding nur treffen und dann haut die aber rein du das kannst du mir aber glauben ich wusste nicht dass die so schnell schießt windkanal nehmen die hat 90er der bro lasst komm riften wollen wir die pushen jaja ich komme gerade nicht aufs rift klar hier taubtiger sein mate ist abgezischt die müssten jetzt auch musen naja die kommen jetzt oder tickets der ist unter mir irgendwo hier unten ist er bei mir hab ihn der hat ein chuck digger und infanteriegewehr und alles ja ich habe chuck mitgenommen nehme ich nehme ich kurz er nadet mich digger das ist ein bisschen mein problem komm her sonst riften ich versuche chuck noch mal zu nehmen ich schalze auf ich möchte nach rechts weg die baller machen ein bisschen auge jetzt hier aber nach der hinten egal ich sehe es scheiße gut dass sie platz die pusten hier jetzt aber noch ab und wir pushen die baller kommen von rechts haben wir können pushen hat gelieft oder so falle 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 bro what the fuck man wie einfach gelieft taktische sturmgewehr digger hier rechts ist was ja lass mal erstmal high wieder catchen genau da einer genau da genau da ein team noch ein team noch die letzten ja die kann ein bisschen was ich schieße sie weg unten er fällt oh leute durchgeschossen oder was nice der genockt ist fast down genockt ist down digger wo genau ist er keine ahnung digger ich mache jump pad und gehe rüber zu ihm ne digger da kommt die zone hin hier unten ist der ja dann lass top stummer pass erste runde duo win ja digger zweiter glaube ich war das egal erste runde duo win so easy digger 9 kills epischer sieg als hätte ich nie aufgehört leute er war niemals weg ok